machen klar der geht zurück und du darfst dich wieder etwas entfernen vom auto genau aber ja lass die leine mal länger und sandra sandra sagt ihn noch mal zurück aber nicht nur zurück sagen sondern tic ihn mal an der soll zurückgehen genau und guck mal da wo du stehst wieder zurück tic ihn an nicht nur verbal da wo du stehst ist so schlecht weil du eröffnet ihnen den raum hier vorne